so frieden für das göttliche das ist der erzähle der cdc wüsstet der nahr gibt okay na da haben wir noch besteht darauf dass sie dabei helfen kann die leute von jahre kawara für das anliegen meines onkel zu gewinnen obwohl sie für shimura keiner weiß was verstehen sollte djins reise djins reise djins reise der kushi tempel mhm warte mal wo ist denn die aufzeichnung weise im süden erreichte die nette die geschichte von icky an die dinge wo man die fähigkeiten bekommt aber untersuche den zerstörten schreien achso nach oben gehen wir zu ihrer quest aber ich reise von da aus oder kann ich irgendwo schnell hier hinaus natürlich nicht war ja klar hausage wir treffen keine mongolen holy feld in rot what the fuck ist denn der strochodronin da auf dem weg das sind strochodronin dann guckst du denn so hier ha 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 so das andere haben feindlinge wie ihr nicht verdient hau holy schön oh da ist glaube ich ein kampf kann das sein ein duel das nehmen wir mit ach verdammt ich wollte ach jetzt ist testen können es gibt ein trich mal schneller das was aber queren kann alter ist ja schön hier ein strochodronin ihr könnt es herausfinden ihr könnt es herausfinden oder du erde mitten der spinnen lillien spinnen lillien die zuf musern äh 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 Ich will meine Kampfhaltung annehmen. Aber das wird ein schwerer Angriff. Ne, dann versuchen wir. Ihr kämpft alle gleich hier, verdammten Strohhüter. Aheu. Aheu. Um, ein Schuss, drehen wir hier. Aheu, ein Schuss. Ich schaffne mich auf die Karte auf. Oh, noch ein Tritt. Howdy, der Knotch. Uh. Stirbend, Ehre. Das wird ein Ende, mein Freund. Oh, shit, das war mein Ende. Ah, der Geist steht wieder auf. Einmal nicht aufgepasst, ey. Damn, ich hab einmal nicht aufgepasst, lag der im Boden, Alter. Ich hab gut gekämpft, mein Freund. Ach so, ich muss das so machen, ne? So. Farbkorrektur. Gesättigt, aber nicht ganz so stark, Alter. Holy moly, das ist viel zu strong. Nur so ein bisschen. Ähm, ich würde gerne... Kann ich das Wetter ändern? Heiter. God damn. Geht mir heiter. Tageszeit, mach ich mit der Maus. Weiter geht besser. Oh, Alter. Nein, nein, nein. Das kannst du keinem erzählen. Das ist das schönste Land, das es gibt. Wo ist denn hier der verdammte Wind? Hab ich noch grad ge... Bin ich blind? Einmal blindes? Hier, Windrichtung. Ne, Windgeschwindigkeit. Beruhige dich. Meine Güte. Rote Blätter. Ja, doch. Aber nicht so intensiv. Nur so ganz wenige. Ja, genau. Schütte die über. Bis zum Gehen die mehr. Das sind nur so... Ganz wenige. Komm, Pferd. Ja, oder geh einfach in die komplett andere Richtung. Danke dafür. What the fuck's happened bei den Mongolen los, als er kämpft gegen den Bär. Oh, der wird... Oha! Ja, The Bär of Tsushima. Fuchsbau. Äh, damit haben wir nichts zu tun. Der... Der Bär kümmert sich darum. Das passiert, wenn man lieber mit einem Bärenball geht, als mit einem Mann. Oder mit einer Frau. Gasthaus, Moslicht, mongolisches Gebiet. Kommt raus, ihr verdammten. Invasoren. Was hast du denn da für ein kleines Pisschild? Was hat denn? Wirst du ja auf dem Kindergeburtstag damit auftreten. Mach dich weg. Holy shit, mein Feuerschwert. Ja, der Versuch. Dodo drohen ihn. Oh ne, die verdammten Hunde. Ruhe, Hund. Was ist der andere Hund? Ruhe, Hund. Aua. Aua. Töne ist schon mal weg. Aua. Mit der Luft an den Tränen. Okay, die haben auch eh... Hey, ich hab doch Angst. Die solltest du auch haben. What? Ja, ihr reicht mal nacheinander an. Seid richtig sauer. Hey. Moment. So, weiter geht's. Holy moody. Ja, genau. Verdammter. Hau ab. Verdammte Töter. Nur für das Existenz Tiers. So, sorry. Ich hatte eine... Wespie ihn zu machen. Und der Kater hat sich gedrehten an den halben Schwenker runter. gerissen, damit er an die Vespa rankommt. Und weil er eh nicht rankam und auch nicht ran soll. Was hat man eigentlich hier ganzer? Das verdammte Rege dann. Hier, hasse. Dojo, dojo. Verdammter. Hup. Holy. Balancing. Guck mal, die geht in den Rücken. Rücken, hat er richtig trainiert. Pack. Noch jemand? Ich habe wieder jemanden schreien gehört. Da hinten. Skiggedi, diggedi. Feuerfall. Hier. Ah, 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 ah. Tut so weh. Tut so weh. So. Damit wäre dieses Häuschen befreit. Hab ich Böller bekommen? Ich glaube, ich habe Böller. Oh, einmal Böller. Sehr schön. Tut. So. Dafür, dass du jetzt die ganze Zeit hier rumstehst, kriegst du einen Pfeil im Kopf. Er hat nochmal. In die Richtung, ne? Der will die ganze Zeit das rote Ding weggehen, aber ich mache mal vorher die Karten zu. Reise zur Umugi-Bucht. Umugi! Einfach 1 Uhr nachts. Aber nicht 1 Uhr nachts in der Umugi-Bucht. Oder Umugi. Oder Umugi. Umugai. Da vorne, oder? Wo das Feuer brandt. Ne, ist ein Bambus gedünscht. L-Bambus. Nehme ich aber mit. Easy. Der Bambus-König. Ist ja gar nichts. Was? Zack, 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 zack. Ah, ich habe eine L1 vergessen. Okay, ich verstehe. Oh. L1, zwei, 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 drei. Ich habe eine Tasse-Walt gedrückt. Okay. Zack, 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 zack. Also, geht doch. Na, also, geht doch. Aber wo ist deine Bucht? Geht doch weiter weg? Mehr links. Ah, hier. Loll. Weg zu neben. Hör! Jumogi-Bucht. Ähm. Stroh, Drohnin. Aber netter. Vorerst. Was hat das zu bedeuten? Ähm, Moment. Das ist die andere Quest, oder? Oder ist das richtig? Ich weiß es nicht mehr. chợ? Ich weiß es nicht mehr. Aber hier ist der Schlüssel, oder? Das ist das eine andere Quest. Beziehungsfreiheit. Ich weiß, das andere Quiere nicht kennenlernen. Ich weiß, was nicht mehr heila. Hoi. Aber ich bin eigentlich Jetzt bin ich auf der Suche nach äh der Fürst in Dingsa-Boomster Das ist Kenji hier Ich bin so verwirrt Ich dachte ich hätte in der Umgeburt einen Musikanten gehört Ich sollte ihn finden Sprechen mit Goro Na gut, dann sprechen wir jetzt mit Boro Goro Neh Goro Aida Ich bin der Schmura, von Schmura zu schraub. Schmura, der? Was ist das? Ich werde den Hohenbünen. Ah, ich bin da. 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 Ja, das ist nur das, was wir tun können. In der Krieg der Komodahama, ich dachte, dass ich mit Shemura und Kalimau verletzt habe. Deswegen habe ich es geblieben. Iwaisake? Tomuraisake. Wir haben viele Menschen, um zu retten, sterben. ihren Weh-Opfer. Nehmen wir die Tür zu mal. Hm. Ich glaube, wir werden die Tür nicht verlassen. Haben Sie die Tür? 5.000 Menschen. Sie sind auf der Akashima. Hm. Soll ich es. Sie haben einen Schmugglerboot in der Präfektur Yardikawa. Ich habe die Tür auf den Schmugglerboot in der Präfektur Yardikawa. Goro ist nicht hier. Was ist mit deiner Tochter? Ja. Ja. Gibt es unschuldige Diebe? Ähm. Das ist sie. Die. What the? Da. Hast du hier ein Mädchen gesehen? Ja. 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 Na, der ist bereit. Der Kollege. Sprich mit den Rohnen in dem Dojo. In meinem eigenen Dojo. Da! Der da. Was ist los? Fällt dann nicht viel mehr auf, wenn man einfach mit der Rücken weggeht, als dass man da einfach redet so oder Rücken an Rücken und dann so tut, haben wir schon geredet und geredet und da spielt irgendwas übersprungen oder wo müssen wir hingehen und zu reden mein gott was sehr unauffällig kumet oder die mitte noch schilder noch nach der stadt der stadt des schilder dort und jahr doch noch geht es haben wir nicht haben wir nicht gerade eben befreit okay in der moment holy wald wald weit mann ich ja also den halben weg mal in fortschrittlicher geschwindigkeit bestimmt von mongolen besetzt aber dass wir wer der mongolen abgesehen hat tag dreize die ein stücke sehr schön auf die bären von tsushima ist er das dass das gasthaus wenn ja dann ist das hier echt abgeranzt ne ok da vorne wahrscheinlich ne der sieht auch besser aus wie ein gasthaus bessere lage naja mongolen zieht eure verdammten klingen und sterbt wie männer oder an die diebe ne diebisches pack ja sicher greife an damit der tod auch heute noch wahr wird ja blind darauf losstürmen und zuschlagen ist immer gut die man auch nicht mehr hat wo willst du hin abnehmen ne du willst die luft zu schieben was nicht wert No guns? Suck. gut geblockt zack wir mussten eingeblungen bitte bitte ich nicht bitte diebenhase ich muss mehr als Invasoren noch jemand doch nicht von der holy Alter wenn einer auf dich zu gerollt kommt und dir die Klingel reindruckt dann hast du aber auch dann weißt du du hast verloren Surprise treten treten bitte bitte ja wo ist denn noch einer hier bist du und dann machen wir die Tür auf wir nennen oh 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 also Mädchen gefangen nehmen und schlagen was weiß ich könnte aber sich gegen mich stellen das können sie nicht weglaufen das können sie nicht weglaufen dann bringe Kuma in Sicherheit 80 Meter oh ja hä der denn gestorben alter alter ja da hätte ich auch so ein Gesichtsausdruck alter aufgehangen an der Lunte im wahrsten Sinne des Wortes oder an der Laute eher gesagt holy mal hier alter du das ist this game is just fucking epic du kannst sagen was du willst es ist einfach beautiful jetzt ein Cape da im Wind warte wo ist es hier äh animiertes Wetter oder ja nee kann anbleiben ich wollte nur die hier die Windgeschwindigkeit so ein bisschen bisschen weniger und dann Farbkorrektur zwar zwar ist Vintage aber nicht zu stark sondern einfach nur so ein bisschen leicht entfernt äh entfernt 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 meine ich so ein bisschen heller Kontrast bisschen mehr zack f12 man bleibt ja einfach stehen eigentlich richtig na nein natürlich nicht wo ist denn das nicht die in Sicherheit na ne ich muss sie über die Brücke bringen weil das viel sicherer ist da vorne da wartet jemand oder kann das sein da ja da ahnsinnig wait achso ich dachte das wäre jetzt ein Dingserbomster ein Ronin zum Kämpfen alter wir guck mal er steht auch so episch da ich bin der epische Storbrot Ronin mir macht keiner was vor warte so so damit auch wenn jetzt hier die Dingserbomster tiefenstärfer reinkickt dass richtig sick aussieht so zack ja nehmen wir nehmen wir so nehmen wir so bam der hilfsbereiter Ronin ach der war halt wieder ach der war halt wieder ja genau übertreibt doch direkt ah ja 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 verdammten drecks das ronin naja die kletterversuch gebeten mein freund da und ich nur gewartet dass du zuschlägen Oh, schon. Ich habe mich gefragt, wie es hier ist? Ich habe mich erinnert, ich habe es geplant. Und dann habe ich die Frage, ich hab mich auch erzählt. Du hast mich auf die Hände nicht da zu schlafen? Ich bin mir selbst gefragt. Ich habe mich als ich nicht mehr zu verlettern. Ich dachte, ich habe mich nicht verletzelt.